Es ist wieder Zeit für ein One-Light-Hashtag-Lichtsetzer-Tutorial. Und heute rund ums Thema Aufstückblitz und Dauerlicht. Gespannt, aufpassen in die nächsten Minuten, es wird sehr erleuchtend, sprichwörtlich. Vielleicht schieben wir mit magischer Hand die Kamera einfach mal nach hinten. Da ist die Lichtwelle ein Dauerlicht, aber auf der Dauerlicht-Lichtwelle, da ist noch ein Aufstückblitz. Es geht also um das Thema Aufstückblitz. Aber es ist ein Nachteil des Aufstückblitzes, dass er eben kein Dauerlicht hat und damit auch ein bisschen, ich würde sagen, schwierig zu fotografieren ist, wenn es dunkel ist. Man muss das Putzlicht anmachen. Und deswegen haben wir uns gedacht, auch damit dieses Video hier schöner aussieht, machen wir einfach mal ein LED-Licht drunter, damit wir auch was zum Filmen haben, was den im Endeffekt gleichen Look, den gleichen Effekt, die gleiche Lichtwirkung gibt. Es geht um dieses Licht, das Blitzlicht da hinten. Und dieses Blitzlicht blitzt in einen Diffusor rein, macht den Diffusor hell und erleuchtet die Szenerie wirklich 90 Grad von der Seite. Stehe ich gerade total drauf, dann kann man über die Position, die man als Fotograf einnimmt, versuchen, die Kontraste zu modulieren. Wir können ja hier einfach mal zwei Diagramme einblenden und auf diesen beiden Diagrammen sieht man zwei unterschiedliche Positionen und zwei unterschiedliche Winkel. Einmal ist es der wirkliche 90-Grad-Winkel und einmal ist es so ein bisschen der 45-Grad-Winkel. Und die jeweils korrespondierenden Fotos, die gibt es jetzt. Und die zeigen, dass das eine eben sehr viel kontrastreicher, sehr viel plastischer, sehr viel modulierender ist und das andere sehr viel, naja, ich würde sagen, zeigender ist. Das bedeutet, je nachdem, ob ich eher das Porträt zeigen möchte oder ob ich mir die Szenerie zeigen möchte, gehe ich eher weg von der Lichtquelle oder gehe eben hin zur Lichtquelle. Und wer jetzt sagt, ja Martin, aber das ist hier so ein mega krasser Scrim, der mega tausend viel Euro kostet. Was bringt es denn da, mit dem Auftickblitz zu arbeiten, wenn der Rest drumherum so teuer ist? Es muss ja kein Sunscrim sein. Das haben wir doch in hunderten Fällen schon gezeigt hier auf dem Blog. Wer das nicht weiß, nicht cool, YouTube-Videos angucken von Krolo und Gerst. Da wird genau gezeigt, wie wichtig es ist, mit Tüchern zu arbeiten. Es gibt sogar ein Tutorial, oder Thilo? Ja, wir haben ein Live-Tutorial gemacht und zwar über das Tuchlicht. Das ist ja, ich liebe das, weil das noch so ein bisschen, ich finde es sogar noch ein bisschen cooler ist, als dieses Diffusor-Licht. Das Tuchlicht ist halt einfach so ein bisschen tuchiger. Das ist nicht so gespannt. Und dieses Gespannte macht das Licht wieder zu perfekt. Das Tuch mit seinen Falten, mit seinen Bubbeln, das ist so ein bisschen angenehmer. Aber das driftet jetzt vom Thema ab, mal wieder, wie immer bei mir. Was ich sagen wollte, ist ganz einfach, ein Aufsteckblitz reicht für richtig große Sets. Ich arbeite natürlich auch ein bisschen offenblendiger, das muss man zugeben. Ich habe hier erstmal probiert, so mit Dauerlicht zu arbeiten, habe dann gesagt, naja, komm, Blitzlicht. Die ersten Bilder habe ich auch mit der Canon R6 gemacht. Die Blitzlichtbilder habe ich dann mit der Sony gemacht. Und die Sony-Aufnahmen finde ich sogar einfach einen Ticken brillianter. Hat jetzt aber nichts mit Sony zu tun, hat eher was mit dem Blitzlicht zu tun. Ist auch ein unfairer Vergleich. Also hätte man auch mit Blitzlicht mit Canon knackigere Bilder bekommen, aber der Martin hatte keinen Fernauslöser für Canon dabei. Also, zurück zum Thema, Aufsteckblitz, Tuch seitlich, Bäm. Und dann kann man so ein bisschen mit Farben spielen und auch mit Looks und dieses Gelb-Schwarz. Tilo sagt da gleich was mit seinem Däumchen. Moment, so macht er. So, Gelb-Schwarz. Ich finde ja irgendwie Weiß-Blau. Jetzt hat er mir gerade Read Between the Lines zugeflüstert. Egal. Weg vom Fußball hin zum eigentlichen Set. Und jetzt, das war's. Blende 1.8 war meistens 85er, ISO 100, also ideale niedrigste ISO-Werte bei 160 oder 200. Eben die sogenannte X-Synchronzeit. Also das, was die Kamera ohne HSS und bliblablub-TTL-Blitzen auch noch kann. Und damit wären wir eigentlich durch. Warum ist die Kamera noch immer an? Oh, die Pflanze. Hm, okay. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Guter Punkt. In weiser Voraussicht einiger Kommentare. Ich liebe Kommentare bei YouTube-Videos. Die Pflanze macht keinen Sinn. Nicht alles in der Fotografie muss Sinn machen. Der Martin, also ich, ich wollte gerade so ein bisschen Farbspiel noch zum Gelben einbauen. Ich wollte so ein bisschen Varianz der Farben einbauen. Und ich wollte ein bisschen Vordergrund haben, um mit dieser offenen Blende von 1.8 zu spielen. Ich mag das mit Vordergrund. Und ja, es macht keinen Sinn. Warum steht da eine Pflanze? Und er fragt sich, warum liegt da Stroh? Okay, aus. Bitte einfach mal ein paar Bilder angucken und selber entscheiden. Und ab in die Kommentare, ob die Pflanze weg sollte oder ob das eine gute Entscheidung war. Ich bin gespannt, was denn die Mehrheit das Schwarmwissen sagt. Ich würde sie trotzdem nochmal reinstellen. Punkt. 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 Bis zum nächsten Mal.